Ich bin Nicole, oder Niki würde ich sagen. Ansonsten style ich täglich in einer App auf dem Handy. Das sind aber eigentlich meine einzigen Styling-Erfahrungen. Ich mache jetzt meine Tagesaufgaben zusammen. Das Kleid habe ich schon in meinem Sitz. Es gibt aber nur maximale Punkte. Bei der Saison, aber brandneu nicht. Die neuen Kleider gehen dann auch bei brandneu-Pünkt. Das sieht man auch am Wochenende.